Am Bundestag vergangene Woche konnte sich die Branche endlich wieder persönlich austauschen. Endlich sehen wir seit fast eineinhalb Jahren wieder die gesamte Branche, die Branchenvertreter, die lieben Kollegen und Kolleginnen, es ist wirklich grandios hier zu sein. Ich freue mich auch, weil wir auch heute Aussteller hier sind und weil wir vieles Neues berichten können. Unter anderem, wie Sie ja wissen, hat die Serviergruppe die IMU-Kontrakt übernommen. Aber auch neue Vermarktungstools wurden in St. Pölten vorgestellt, etwa einen neuen Desk von Squarebytes, der von der IVV für die Vermarktung der Danube Flats verwendet wird. Hier möchte ich Ihnen kurz präsentieren unsere Highlights. Unter anderem haben wir hier den Pool, das Pool-Tag. Sie sehen, es fahrt gleich runter, zeitgleich wo der Pool-Tag ist. Und gleichzeitig haben Sie dann wirklich auch die Visualisierung und es wird auch genauso gebaut. Und da haben Sie ja nicht nur einen Pool, wir haben ja einen Wellnessbereich, Fitness, Spa, Business Lounge, Yogaraum. Ab September, wenn die Vermarktung der Danube Flats offiziell startet, wird der Desk im Einsatz sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017